Der April war wirklich sehr geprägt durch die NAB und die Produktneuheiten, die dadurch angekündigt wurden. Deswegen werden wir jetzt erstmal zuallererst auf die NAB-Produkte eingehen und danach erst die Produkte besprechen, die Anfang April released wurden. Da waren wirklich spannende Produkte dabei, unter anderem von Apatah oder auch von Canon. Also wenn du das nicht verpassen willst, dann bleib dran und vergiss nicht, am Ende gibt es ja auch noch eine Verlosung. Und tatsächlich, also zwei Telltake-Kollegen sind aktuell auf der NAB und hier siehst du mal ein paar Eindrücke. Fangen wir mal an mit Blackmagic Design. Die haben quasi im ersten Atemzug der NAB direkt ihr Cloud Store vorgestellt. Das ist ein Netzwerkspeicher mit extrem hoher Speicherkapazität, da natürlich auch jeweils in verschiedenen Varianten. Besonders ist, dass es möglich ist, eben eine Live-Synchron mit Dropbox einzurichten und es ist ein RAID 5-System. Es eignet sich aufgrund der Anschlüsse auch dazu, gemeinsam vor allem an Projekten zu arbeiten. Es gibt nämlich mehrere 10 Gigabit Ethernet-Ports, sowie auch USB-Ports, um Daten auf den Storys zu importieren oder ein Backup anzulegen. Darüber hinaus hat Blackmagic auch den Cloud-Port vorgestellt. Der kann jedes USB-C-Laufwerk zu einem Netzwerkspeicher wandeln und damit können dann alle Projekte oder Dateien im Netzwerk geteilt werden. Zuge dessen kam dann das bereits sehr gehypte Update für DaVinci Resolve, nämlich DaVinci Resolve 18. Die neuen Cloud-Stores sind ein Bestandteil des neuen DaVinci Resolve Cloud-Workflows. Aber der Schwerpunkt des Updates ist der kostenpflichtige Cloud-Dienst, um geteilte Projektdateien zu speichern. Und durch das neue Resolve 18 können dann Personen an verschiedenen Standorten gleichzeitig an einem Projekt arbeiten. Voraussetzung ist aber, dass man die Roh- oder die Proxydaten zur Verfügung hat. Um diesen Workflow möglichst einsteigerfreundlich zu machen, ist auch noch ein Proxy-Generator beim Update mit dabei. Resolve 18 ist aktuell in der Beta und hat noch einige weitere KI-Features und Effekte bekommen. Mehr Infos dazu gibt es dann unten in der Beschreibung. Und bzw. oder wenn du gerne noch ein ausführlicheres Video dazu sehen möchtest, dann können wir dir an dieser Stelle mal das Video von Andi ans Herz legen. Weil der hat wirklich ein ausführliches Video zu Resolve 18 gemacht. Zwei neue Hyperdecks waren auch dabei und zwar zum einen der Hyperdeck Shuttle HD und der Extreme 4K HD Air. Der Hyperdeck Shuttle ist ein Live-Produktions-Recorder und auch Player und der hat einen Text-Generator für Teleprompter integriert. Aufzeichnen ist hier auf SD-Karten möglich in H.264, Pores und auch DNX HD. Er stellt somit quasi eigentlich die perfekte Ergänzung zum Atem Mini dar. Der Hyperdeck Extreme 4K hingegen unterstützt auch H.265 in 4K. Er ist der kleine Bruder zum Hyperdeck Extreme 8K und ist ebenfalls ideal geeignet zur ISO-Aufzeichnung auf dem Blackmagic Cloud Store. Einige Tage später kam dann nochmal eine andere Produktreihe. Diesmal sehr untypisch für Blackmagic ohne Livestream-Ankündigung. Und zwar die Constellations in HD. In drei Varianten mit entweder einer Mix-Effektebene, zwei oder vier. Warum Blackmagic jetzt hier den Weg mit der HD-Reihe gegangen ist, ist aber noch nicht ganz klar. Hier hätten sich wahrscheinlich durchaus einige Kunden direkt eine 4K-Variante gewünscht. Die Produktionsmischer haben vergleichsweise viele frei belegbare Ein- und Ausgänge und außerdem noch ein USB-Port zur Webcam-Ausgabe. Aperture hatte Anfang der Woche ihren Livestream zu neuen LS600C Pro. Das erste RGB-WW-CUB-Light von Aperture und das aus der 600-Watt-Reihe. Die haben sie sich zu Recht für die NMB aufgehoben. Man kann alle erdenklichen Farben abbilden. Sie steht dann in direkter Konkurrenz zum Arri Orbiter oder den neuen Pro-Licht RGB-Leuchten. Zu denen komme ich noch gleich. Typisch für Aperture ist der verbreitete Balance-Mount und die Integration in Sidus Link. Laut Aperture ist die Farbgenauigkeit sehr hoch und damit eine ideale Ergänzung zum Aperture P300C. Also wir sind wirklich gespannt, wenn wir die P600C Pro ausprobieren können. Außerdem hat ZeroE zur NMB einige Optiken gedroppt, nämlich die ZeroE Jupiter Lenses. Das sind sphärische Linsen für Vollformat-Kameras. Mit dabei sind 24mm, 35mm und 50mm mit einem T-Stop von 2 und dann nochmal 28-85mm mit einem T-Stop 3-2. Diese Brennweiten sind bis dato mit EF-Mount und mit PL-Mount erhältlich. Unter den spannendsten Top-Produktionsankündigungen gehören ansonsten noch Small HD und Terradec. Zum einen eben Small HD mit einem 4K HDR-Field-Monitor, dem SIN 18. Und noch mit dem Small HD OLED 27, einem 4K OLED-Referenz-Monitor. Ganz kurz zum SIN 18. Er hat eine Helligkeit von 1100 plus Nits und hat 12G-SDI-Ports und HDMI, USB, XLR-Schnittstellen. Wirklich fast alles, was man sich beim Produktionsmonitor auch wünscht. Zielgruppen sind hier die Cs, aber auch die DITs oder auch Regisseure werden sich auch damit das Arbeiten möglicherweise leichter bzw. auch besser machen. Und der OLED 27 hat eine sehr gute Farbgenauigkeit und soll praktisch keine Bildverschlechtung aus anderen Blickwinkeln aufweisen. Macht ihn quasi perfekt für Color Grading und die Farbkorrektur in der Post. Terradec hat zu ihrem bestehenden Bolt 4K LT System jetzt eine neue Modifikation mit HDMI ONI rausgebracht. Mit V-Mount oder Gold-Mount oder auch ohne. Die Videofunkstrecke Bolt 4K LT mit HDMI hat eigentlich sehr ähnliche Eigenschaften wie auch der große Bruder. Sie unterstützt aber 4K P30 genauso wie auch Rack 2020 in HDR mit 10 Bit und 422 Farbraum. Das Gute hier ist, dass wir hier wieder die Cross-Kompatibilität haben. Das heißt, die Empfänger sind weiterhin mit jedem Sender aus der Bolt 4K Serie auch kompatibel. Terradec hat auch noch einen Videoencoder vorgestellt, den Surf 4K. Er ermöglicht Cloud-Streaming über die Terradec-Plattform und kann auch über das lokale Netzwerk übertragen. Und das bei 4K HDR. Atomos dann hat noch zwei Produkte rausgebracht und zwar den Shogun Connect und die passende Erweiterung für den Ninja 5 und 5 Plus. Der Shogun Connect ist ein HDR-Videomonitor und auch Recorder und für bis zu 8K P30 oder auch 4K 120p. Und zentral ist der C2C Camera-to-Cloud-Workflow in Kooperation mit Frame.io. Über Ethernet oder Wi-Fi können Proxy-Files vom Set für den Schnitt direkt bereitgestellt werden und es gibt die Möglichkeit, drahtlos Timecode zu sinken. Sony dann als nächstes. Sony war mit großen Systemkameras und PTZs am Start. Und zwar die Kameras HDC F5500 und HDC 3200 mit Global Shutter und mit 4K-Sensor. Durch das IP-Produktionssystem sind die dann ideal für Sport- und Live-Unterhaltungsprojekte geeignet. Und dann die zwei PTZs, das sind 4K-PTZ-Kameras, nämlich die X40UH. So, dann noch ein paar NLB-Produkte im Schnelldurchlauf. DCO-Film bringt mal wieder neue Cutter-Full-Frame-Zooms raus und zwar 25-80mm und 70-135mm mit einem T-Stop 2.9. Und noch eine Reihe an Picture-Zoom-Lens mit 14-30mm in schwarz und weiß. Und noch zwei Filter-Sets. Das eine sind Effektfilter, wie zum Beispiel Mist-Effekt und das andere ist ein Set mit ND-Filter. Beide sind für die Vespa-Primes oder auch für die Cutter-Ace. HTA hat zur NLB den Halo Plus vorgestellt. Das ist ein MPEG-4-Streaming- und Aufzeichnungsgerät. Und dann noch zwei Glasfaser-Converter. Dann ProLicht, hatte ich ja gerade kurz erwähnt. Die haben eine LED-Leuchte vorgestellt. Und zwar ist sie ein Vollspektrum-Scheinwerfer, der RGB-ACL kann. Mit 600 Watt ist sie dann der große Bruder zur bisherigen 320 Watt COB-RGB-Leuchte. Camgear hat ein neues Stativ vorgestellt. Und zwar das Elite 8 Mini. Einen neuen Streaming-Encoder gibt es ab jetzt von Yololiv. Das ist nämlich die Yolobox Mini. Von Marshall gibt es seit der NLB auch noch zwei neue PTZs, nämlich die CV730BHN mit Full-NDI-Unterstützung. Und dann gab es noch einige Produkte von BirdDoc, zwei PTZ-Kameras und den Core 5 und 7 als Multifunktionstool quasi. Die sind nutzbar als Videomonitor und NDI-Encoder. Und das Gute ist, der ist Full-NDI-fähig und auch NDI-HX. Und dann noch als spannendes Produkt haben wir hier noch außer Korn den KiloView N60. Natürlich sind noch einige weitere interessante Produkte bei der NLB vorgestellt worden. Wahrscheinlich kamen jetzt auch noch einige dazu, seit ich hier stehe und drehe. Wir haben dir aber eine gute Zusammenfassung aller Produkte gemacht. Also schau doch unten gerne mal in die Videobeschreibung. Das war es nämlich jetzt in diesem Video von den NAB-Ankündigungen. Jetzt kommen wir mal zu dem, was zu Beginn im April vorgestellt wurde. Darunter war zum Beispiel Amaran mit einigen Produkten. Im letzten News hatte ich es ja kurz angeteasert, aber wir durften es leider noch nicht erwähnen. Denn es wurden neue Tubes vorgestellt. Endlich. Wir haben wirklich schon lange, lange auf Tubes von Aperture oder Amaran gewartet. Und endlich sind sie auch da. Und zwar sind das selbstverständlich RGBW-Tubes. Typisch für Aperture sind natürlich die Effekte. Die Sidus Link App und so weiter. Und noch dazu kamen Flexlights raus in verschiedenen Größen und jeweils auch mit dem Unterschied Bicolor und RGBW. Außerdem gab es im April ein paar neue Produkte von Lilliput. Drei PDZ-Kameras. Zwei davon sind nicht NIA-fähig. Und zwar die C30P kann in Full-HD auflösen und unterstützt natürlich PUI, RTSP, RTMP und SRT. Die C20P kann das auch, hat aber nur einen 20-fachen Zoom im Vergleich zur C30P. Da verrät es fast der Name. Das sind dann 30-facher Zoom. Dann gibt es von der C20 noch eine zweite Variante, die NDI kann. Habe ich ja kurz angeteasert. Ansonsten hat Lilliput noch einen Teleprompter rausgehauen und einen Rack-Mount-Monitor mit 3G-SDI. SmallRick hast du ja vielleicht schon kurz im Thumbnail gesehen. Die haben noch eine neue Leuchte rausgebracht und zwar die 220B und 220D. Das sind auch COB-Lights. Und tatsächlich unterscheiden die sich jetzt bis auf den Output nicht großartig von den 120er von SmallRick. Aber wenn dich trotzdem einen Vergleich von den 120ern von SmallRick mit den Amaranth interessiert, dann klick doch gerne mal auf dieses Video hier. Dann Nanlite. Da waren besonders interessant im April die beiden LED-Leuchten. Die Forza 720 und 720B. Jeweils wieder mit Daylight und Bicolor. Vielleicht ein Blick wert für diejenigen, die sich die LS 1200D Pro nicht leisten wollen. Und von Nanlite dann noch die Unterwassergehäuse der neuen Tubes, die letzten Monat vorgestellt wurden. Von Canon gab es neue Cinema-Zooms, die sogar mit 8K kein Problem haben sollen für vollem Format. Das sind dann 20-50mm T24 und EF- und PL-Mount. Und nochmal 45-135mm auch mit T24 für beide Mounts. Und last but not least eine Optik von Zeiss. Und zwar die Zeiss Supreme Prime mit 15mm und einem T-Stop von 1,8 mit PL. Damit sind es jetzt dann 14 Optiken in der Supreme Prime Reihe. Dann kommen wir jetzt mal zu den wichtigsten Firmwares und den Ankündigungen für den April. Das Wichtigste habe ich tatsächlich schon am Anfang vorweggenommen. Das war ja DaVinci Resolve 18. Deswegen mache ich direkt mal weiter mit einer anderen Firmware von Blackmagic. Und zwar für die EURSA Broadcast G2. Damit wird jetzt auch eine Verbindung mit der Streaming Bridge, Intercom, Tele und Camera Control unterstützt. Dann bei ContentFlow gab es ein paar Neuigkeiten. Bei ContentFlow ist es jetzt auch möglich, am Ende einer Session zu erkennen, wie lange jemand gemutet war oder sich nicht am Platz befunden hat. Und ansonsten gibt es auch noch einen neuen Livestreaming-Kodec, der die Videostreaming-Qualität steigern soll und das Datenvolumen dafür senken. Dann gibt es ja noch die Cerevo Tally Lights. Die habe ich jetzt mal hier. Und seit Neuestem sind auch diese Zahlen, diese Abdeckungen mit den Zahlen mit dabei. Was man hier auf jeden Fall wissen sollte, die kleben verdammt fest. Also die sind fast nicht mehr abzubekommen. Also wenn du dich einmal dafür entscheidest, ja, dann sind sie dran. Und man sieht vielleicht hier auch schon das kleine Problem, was vielleicht manche haben könnten, was auf jeden Fall bei unseren Kunden aufgetreten ist. Dieses Ding nimmt natürlich extrem viel von der Telly-Anzeige weg. Also wenn du dich dafür entscheidest, was natürlich auch praktisch sein kann, durchaus, dann probierst du vorher mal mit einer anderen Befestigungsmöglichkeit, ob das für dich überhaupt so taugt. Und bei den Canon-PTZ-Kameras gibt es jetzt auch neue Möglichkeiten. Und zwar wird es ein Webcam-Update geben und SAT und 3D werden in Zukunft auch unterstützt. Das trifft dann auf die beiden Modelle CRN500 und CRN300 zu. Und dann noch ein Firmware-Update für die CV730-PTZ von Marshall. Mit diesem Update wird jetzt auch das 3D-Protokoll unterstützt. Das war es jetzt mal mit den wichtigsten Firmware-Updates und Ankündigungen. Und dann gehen wir jetzt mal über zum Filmtipp und Gewinnspiel des Monats. Der Filmtipp des Monats kommt von unserem Kollegen Erik aus dem Use- und Demo-Department. Er schlägt dir den Film Children of Men aus dem Jahre 2006 vor. Der Film ist hauptsächlich auf AriCam Light und AriFlex 235 gedreht worden. Und mit dabei waren die Zeiss Master Prime Lenses. Jetzt zum Gewinnspiel. Heute kannst du das Sennheiser MKE 400 Mark II gewinnen. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Produkt von Sennheiser. Und deswegen dachte ich, das passt super hier rein. Es ist ein Richtrohr-Mikro mit Superniere. Perfekt eignet es sich für Content Creator jeglicher Art. Auf deiner DSLR zum Beispiel. Wie jetzt auch hier abgebildet. Hältest du Bock auf dieses Mikro und Lust ist für deine Zwecke zu nutzen? Dann schreib uns doch gerne, was du für Produktionen damit planst. und was so dein Hauptverwendungszweck werden wird. Ansonsten like auch das Video und abonniere diesen Kanal. Alle weiteren Teilnahmebedingungen findest du unten in der Videobeschreibung. Was du auch unten findest, ist die Zusammenfassung aller Produkte im Blogbeitrag. Klick da definitiv rein, wenn du alles auf einen Blick suchst. Wenn da ansonsten noch Fragen bestehen, dann schreib sie uns doch unten gerne in die Kommentare oder ruf doch gerne unsere Kollegen aus dem Sales-Team an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.